Und jetzt holt er seine Waffe raus, ich wusste es halt DIN Du KACK du NIGGA DU BISS SO EIN DU KOMP Guten job, alter Wieso Oh Ich bläht mir doch nicht die Bombe, wenn er da ist, du Idiot. Doch! Ja, wieso? Ey, hört das doch! Ja, das hab ich echt gehört, Jungs. Ey, Max, warum soll ich die Bombe bläht, wenn er da liegt? Na gut, da hast du auch ein Glück gehabt. Er ist über mir. Oh, Mann! Ja, ich doch, er ist über mir. Ey, wie du das weißt, Tim. Nein! Jetzt aber. Oh! Nein! Wo warst du, Junge? Wo war der Homo? Oh, Mann, ey. Ja, genau. Ja, hackentypisch war das natürlich. Das ist hackentypisch. Der Heck, der Heck. Gut geschmiert, Mann. Ich werde diese Runde gewinnen werden, weil ich die Bombe habe. Verbündete Harrier kommt. Ja, okay, wir haben die Bombe gewonnen. He, he. Nein! Nein! Hinter uns! Nein! Die Fahne ist schlecht geschossen, weil mich hat sie übel erschrocken. Nein! Nein! Alter, Digga, nice. Ja, Mann. Erstmal, Alter. Richtiger Aim-Bot, Alter. Seidenwechsel. Ja, S und S. Baby! Rette mich! Fick ihn! Gib mir den Arschbombs, ey! Jetzt! Fick ihn! Er triggst dich nur aus, Junge. Kommt runter, von hinten, ey. Drei Einst-Bott ist die administrative couples, wenn ihr mich schraubt. Oh Scheiße! Schüsse! Hör einfach nicht hin, wenn ich Kinead werfe. Nau, dann. Bist schlecht, bist schlecht. Der TIPER hat ist elf, eins, Alter. Elf, eins. Nein! Er spielt mit Shade, die Sau! Oh mein Gott! Bist du traurig, Alter! Oh Gott, ich hab so gezittert beim Schießen, dass ich so krass veraimt hab. Er war hinten bei sich am Spawn, beim Gabelstapler. Alter, ich zitter voll beim Schießen. Läuft! 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 Für die nächste Runde! Das ist doch... Das ist... So... Ich stande die ganze Zeit in der Ecke. Ich hab mir erst überlegt, wie ich dich töten kann. Ich stande echt die ganze Zeit in der Ecke. Wie geht's an mir vorbei? Ich nehm so... Du bist so schwul mit deinem Häss... Oh nee, äh... Er hat nur mal geschickt. Ja! 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 Ja, wieso mach ich nicht damit? Ich wollte die Rückendeckung geben. Und warum wusste er da, woher wusste er, dass er das noch... Ja! 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 Ja, wieso mach ich nicht damit? Ja! Was?! JA! Unserstöre! Ja! Ich weiß nicht, dass du morgen beim Kabel stoppst. Ist er runtergesprungen? Ja. Neu! Ist er runtergesprungen oder was? Ja, er spielt mit Schild. Ich weiß nicht. Und jetzt holt er seine Waffe raus! Ich wusste es halt! DIN! Es ist arg! Ich darf, glaub ich, langsam mal nicht so rumschreien. Okay. Halt mich jetzt mal zurück, Alter. Kennst du, dass du schreist rum und legst hier so scheiße? Es ist richtig spät, Alter. Hast du keine Flash oder so? Ja, die hab ich schon gerade eben benutzt. Jetzt! Jetzt! Du, Alter! Du, Alter! Oh, wir müssen beschätzen! Kommt doch einfach! Kommt, kommt, kommt! Jawel, kommt doch gerade hoch! Stimmt! Jetzt, jetzt, jetzt! oh, nein! Naja, was los, Digga! Ja! Hahaha! Digga, Digga, nehm hm, nie mehr, Digga! So ein Scheißauf. Ihr seid einfach fein, der ist schon nicht zu viel sein, Alter! So ein Scheißauf. Und dann kommt ein Revolver! Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hab saß feinlich nur noch eh gedrückt! Ihr wisst doch ein Scheißauf! Okay, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, oder lasst ein Abo da, und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.